Dürttemberg Nach vorne kommt Adeyemi von Haus aus, Sergiani-Borovic. Adeyemi hat Porto-Flecht für die Quattro, es ist sicher jetzt im Zentrum. Adeyemi, Restolestein. Er bringt nur Kontra-Attacke. Herr Schäfer, wie ein Perichwatt! Und der erste Ball, der Moment 1! Nein! ... sich auf diese Duell in der Luft gar nicht einzulassen. Möglicherweise. Die Leute, die auch aus Salzburg sind. Das ist eine große Waffe. Das wird der Sportler. Kontra-Attacke für Salzburg. Kamera schickt Karim Adeyemi. Nurkima Adeyemi! Hallo, Kontrolle. Du Adeyemi, Pep. Karim, Karim. Und Karim, der Bruch. Matteo Golo! Bernardo, 1v1! 1v1! 1v4! Graz. Auf den, der den Doppelpack schnürte. Schönes Trip. Gut verteilt von Bernardo. Adeyemi, vor Bayern Rief geht's zurück. Will eigentlich nur Memphis am Trikot stehen haben. 5v1! 1v1! 2v1! 4v1! 5v1! Das wird ein wenig größer. Adeyemi, Wahnsinn! Wahnsinn! Tempo jetzt mitgenommen, mal zurückgespielt, Flöre May. Wenn sie einfach nicht hinter die Abwehr, vielleicht jetzt mal Adeyemi. Klasse Bewegung, immer noch. Adeyemi. Christensen 2-1 Salzburg. Sie müssen nicht auf den Quizmaster verzichten, den gibt es heute ausnahmsweise online. Sie sehen es unten. Nierensen nimmt Tempo auf, Adeyemi, Adeyemi. Und jetzt ist er drinnen. Die Mannschaft hier im Mautstadion in Wels. Sauber von 50.000, schwer und legt einen, wo es nicht für ihn ist. Sein Einsatz. Adeyemi mit dem Out. Und jetzt ist er, dass er den Mäck hat. Er ist sofort raus. Wieder bringt Adeyemi den Chip hinein in den Strafraum und der Konz, wunderbar. Rasgania, jetzt ist es, bravo, sehr schnell die Nogi, Adeyemi in Litzewoo, ein guter, guter Adeyemi. Wieder Kasperlmeier, spielt direkt Seywald in die Beine, Ball bleibt im Spiel. Adeyemi links, andere Seitenlinie, spielt hier die Ball. Die Beine, die Skiber mit den Max, die Ballen, aber die Ballen, nicht auf die Beine. Adeyemi, mit den Häusern und der ersten Karte. Adeyemi gegen Karlsruhe, Salzburg-Württz. Die Biele, die Aronsson, Hermansen und Adeyemi. Er ist mit ein, zwei starken Aktionen zu Spielbeginn, Adeyemi schnell als Wüttrich. Adeyemi, unser Mietz von Bireitz. Strafraum. Wie geht man als Trainer damit um? Sehr schwer, wenn man verliert, ist man als Trainer der Ärmste. 19. Akunia, 20. Diego Carlos, 23. Kyunde. 16. Kepitan, Kamande Navas, noch ein Moment. Er hat sich auch langsam reingearbeitet. Zu Beginn der Saison nicht gebraucht wurde und jetzt übervertritt, das ist Adeyemi. Mit dem Ausstrahl ist für Adeyemi ein super Tor. Konstankowitsch. Lerker mit einem ganz schlechten Abwehr. Bernardo. Adeyemi. Er ist in der zweiten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ist dieses Verhältnis etwas mehr bei den Salzburgern zu sehen. Hier ist schon die nächste Möglichkeit. Schäschko, robust, Sturmkraft. Wie gesehen haben, auch bei Stärke. Und die Salzburgern im Strafraum auf der linken Seite. 4, 5, 6. Welser sind in der zweiten Halbzeit. Robert Flemandowski. 1, 0, 1. Nährung. 6, 7, 6, 5, 1, 2, 3. In den letzten Halbzeit nah so hin zu Pass Tallentai. Sie müssen mit Bernardo übernüsten Schnellengladdar. Wer von Bernardo übernüsten Schnellengladdar. Jetzt soll die Oberfläche nicht wissen, dass er hat das Spiel vorgelegt. Der Berg ist gegen Lille, der Freischtritt. Die Regalte ist für Christi. Auf der anderen Halbzeit. Glockenzeichen der Strafraum. Man hat einen Barschel in seiner Stärkezeilen gesehen. Man hat einfach mal gesehen. Er schaut das Spiel an. Er hat mich auf die Hälte gefolgt. Das sind Statistiken, das wusste ich nicht mehr. Ich bin sehr nicht klar. Bei so einem Gast, Karim Adeyemi. Und er hat mich nicht mehr. Adeyemi, deine passende Ausgabe ist für uns begann. Wieder auf Christensen und Adeyemi. Mit dem 13-0. Erenson sucht Ulmer. Ulmer, Ulmer und Salzburg führt. Adeyemi. Adeyemi. Oka vor. Adeyemi. Stark gegen Baumgartner. Gegen Suchner. Und dann ist der Ball im Tor und er ist erneut... Die Flavre durch die Aufmerksamkeit. Die Flavre durch die Flavre durch den Grasche. Statt auf den Platz. Statt auf Schlag und Center. Der Ball im Tor. Und jetzt kommt Adeyemi. Mokamara gegen Yeboah, Ukafor, Adeyemi, mächtig tempo drin. Mokamara gegen Yeboah, Ukafor, 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 Ukafor. Mokamara gegen Yeboah, Ukafor, 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 Ukafor. Mokamara gegen Yeboah, Ukafor, Ukafor. Nach gelungenem Achts für Scheinradlinger, er kann unversehrt weitermachen und sieht, dass Adeyemi kommt. Wie ist der gar nicht durchgekommen? Nicht aus Sturmsicht, nicht passieren. Sei bald geht mit, aber Adeyemi sieht er seine Kumpel. Er ist ja mittlerweile auch schon deutscher Nationalteamspieler und sich hier wieder gut durch... Schauen Sie mal diesen Antritt. Untertitelung. BR 2018